Willkommen in Deutschland, doch. Ich glaube, dieser Drehung wird euch gefallen. Ist es hier nicht wunderschön? Ich glaube, meine Einheit hat hier den perfekten Hintergrund. Oh, das muss aber nicht die Kippurren sein. Ach, bin ich nicht ein Schlitz-Uhr? Doch, nein. Was ist denn das Kult mit der Höhle? Aber es kürzt die Drache rein. Ein Drache! Das Rundgetüfer sprenge ich in die Luft! Wie? Du böse Drache! Ist doch nur ein kleiner Geil hier. Die sind ganz schön aufgekratzt, nicht wahr? So was wie Drachen geht es doch gar nicht doch. Das ist ein kleiner Geil hier. Ich bin einfach schon. Ein Drache! In der Höhle! Da schneide ich ihn mit diesem Bauch in dem Kopf. Vorsicht da, mit der Stadtschäfte! Hahahaha! 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 Juhu! Hey! So was ich machen gibt es gern! Ich hab die Kumpel als nur die Mögel mit dem Hecht. Ich habe die Beleidiger. Das ist die Welt segre. Die Beleidiger ist in der Unterricht hinzu. Ich bin der Fache. Ich habe die Beleidiger. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Es geht hoch. Es geht hoch. Ich erschrecke mich immer so, wenn ich das mache. Achtung, fertig. Kameras, die Schöpflinge, ey. Ist diese Chance nicht wunderschön? Ruhe bitte. Klappe 1, Drache. Ich mache einen riesen Saus hier. Ich bin mal ein richtiges Film. Aber ich habe so ein Lampenfieber. Kannst nicht alles filmen, ey. Das schaffst du gar nicht. Schön. Ja, auch noch schön.